Leute, willkommen zurück auf diesem Kanal. Wie ihr in der Beschreibung wahrscheinlich schon sehen konntet, habe ich heute ein hellerer Haul für euch. Ich habe natürlich auch einen Code für euch. Mit dem Code MandyWolschke20 spart ihr 20%. Der Rabattcode ist allerdings nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Angeboten. Genau, und ich würde sagen, wir starten, oder? Also erstmal möchte ich direkt sagen, dass die Stoffe sehr, sehr schön sind. Die sind ultra weich, sehr stretchy, auch nicht zu dünn. Also ein richtig, richtig schöner Stoff. Wir starten als erstes mal mit dem Kleid, das ich anhabe. Das ist so ein längeres Kleid. Ich werde euch das natürlich hier einmal einblenden, damit ihr das komplett seht. Das hat hier einmal unter der Brust einen Ausschnitt. Finde ich sehr, sehr schön. Am Bein haben wir hier einmal einen Schlitz an der Seite. Auch richtig schön, macht das Ganze sehr elegant. Und die Farbe Grün finde ich allgemein geht auch immer. Das macht einen richtig schönen Tarn. Ich finde, Grün passt sowohl zu dunklen Haaren als auch zu blond sehr gut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Und ich muss sagen, ich mag einfach allgemein diese langen Kleider aktuell, ne? Ich finde das so, so schön. Dann zeige ich euch mal ein weißes Kleid, Leute. Schaut euch mal hier auch den Stoff an. Ich finde den so, so schön. Das Kleid hat sogar auch integrierte Pads drin. Also auch sehr, sehr praktisch. Dann einmal von hinten. Hier haben wir einmal so Streben. Also ich finde den Druck sehr, sehr schön geschnitten, Leute. Es sieht angezogen so gut aus. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch als Sportdress benutzen. Denn unten drunter haben wir hier eine integrierte Leggings, was ich auch sehr, sehr gut finde. Ist natürlich auch alles schön blickdicht. Also perfekt. Das ist die perfekte Kombination aus Sommerkleid und Sportdress, würde ich sagen. Dann kommen wir zu einem Kleid, wo ich mich wirklich richtig verliebt habe, glaube ich. Ich glaube, das ist mein Lieblingsdress aus dieser Kollektion. Da haben wir einmal dieses rote Kleid. Leute, es sieht so elegant aus. Dieser Stoff ist auch einfach wieder Hammer. Wenn ihr das anhabt, es fühlt sich einfach so weich an. Und Leute, ich finde die Länge auch einfach so schön. Also es ist natürlich ein bisschen kürzer als die anderen. Aber ich finde es so schön. Vor allem auch der Rücken ist wieder sehr, sehr schön. Das kann man nämlich hier hinten schnüren. Und ich finde, das schmiegt sich einfach so schön der Figur an. Ich kann mir das gleich so richtig schön am Sommerabend vorstellen, zum Abendessen oder auf einem Date. Ich habe mich verliebt, Leute. Das werde ich definitiv zu meinem nächsten Date anziehen. Dann haben wir hier einmal eine blaue Variation. Das ist auch ein Sportdress, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben hier nämlich einmal eine Hose mit dabei. Die könnt ihr euch extra anziehen. Also falls ihr mögt, könnt ihr sogar die Hose drunter ziehen. Die sieht so aus und hat auch integrierte Taschen, wo ihr perfekt euer Handy reintun könnt oder andere Sachen. Ansonsten hat das Kleid auch einen sehr, sehr schönen Stoff und einen sehr, sehr schönen Rücken. Richtig schön figurbetont. Und das kann ich mir definitiv auch im Sommer als Sportdress vorstellen. Ich bin mir sicher, dass ich das im Sommer beim Sport sehr, sehr oft anziehen werde. Dann haben wir zur Abwechslung eine Jaggings. Die ist auch sehr, sehr elastisch. Wie gesagt, die Stoffe, die finde ich echt, echt gut. Also ich bin gespannt, wie die sich verhalten, wenn man die wäscht. Hier seht ihr die natürlich nochmal angezogen. Aber die hat hier hinten einmal so Taschen. Und ich werde euch die Hose wahrscheinlich mit diesem Oberteil hier zeigen. Ich finde, der Stoff macht das Ganze sehr elegant. Und vor allem der Rücken, der ist auch wieder sehr nice. Sieht einfach so gut aus. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Und wie ihr merkt, ich war auf jeden Fall farbfreudig. Sagt man das so? Ich wollte auf jeden Fall mal Farbe ausprobieren. Also dieser Sommer wird definitiv bunt. Als nächstes haben wir dieses rosane Longsleeve-Sportoberteil. Das hat hier sogar an den Ärmeln Daumenlöcher. Ich finde, das hat dann nochmal so einen besonderen Touch. Ich finde das hier vorne an der Brust auch sehr, sehr schön geschnitten. Das betont die Brust meiner Meinung nach nochmal besonders gut. Und können wir mal bitte sagen, wie gut Pink einfach zu dunklen Haaren aussieht? Ich glaube, ich muss doch öfters mal rosa tragen, oder? Ich weiß nicht, ob ihr den schon von TikTok kennt. Aber der hat diesen besonderen Bund an der Hüfte. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Wenn nicht, habt ihr das hier einmal auf der anderen Seite. Und natürlich haben wir hier auch einmal eine integrierte Hose drunter. Auch wieder mit einer Tasche an der Seite. Mit zwei Taschen an der Seite. Kleine Korrektur. Und nochmal zur Information. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Farben, wie ihr sehen könnt. Und vielleicht noch gut zu wissen für euch. Halara hat Stoffe, die tierhaarabweisend sind. Das finde ich natürlich auch sehr, sehr gut, weil wir lieben alle Haustiere. Und das fände ich so praktisch, weil, wer kennt es nicht, man hat Haustiere, sehr kuschelige Haustiere. Und wenn man die dann kuschelt und schmust und abknutscht, dann sieht man fast selber aus wie eins. Und so hilft es einem auf jeden Fall, haarfrei zu sein. Ja, Leute. Und wir sind jetzt am Ende des Videos. Ich wollte euch nochmal an den Code erinnern. Mandy Walsch gibt 20, damit spart ihr 20%. Denkt dran, der Code ist auf jeden Fall nicht mit anderen Rabatten oder anderen Angeboten kombinierbar. Falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr Haustieren wollt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, welches Teil euch am meisten gefallen hat. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. 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 Adios. Untertitelung des ZDF für funk, 2017